So, wir gehen dorthin, wo wir das Drachensegel aufgenommen haben und oh nein, was ein Vieh. Oh. Und. Nein. Ich. Und weg mit dir. Yeah. Das hat ihn den Rest gegeben. Ich werde mich nicht beobachten von deinem Vergnügen, Freya. Du darfst mit mir sprechen von Vergnügen? Oh, meine Aufgabe ist nicht für Vergnügen, Freya. Es ist für Justiz. Justiz für den ganzen Midgard. Justiz von deinem Asgard, von deinem Valhalla. In meinem Midgard, alles werden wir als Vergnügen behandeln. So. Du bist mir beobachten, Skarl. Du bist wirklich wertvolle von meiner Begründung. Hell hat auf die Isle von Galcliffe, mit ihrem Bein zwischen ihren Legen. Und du musst folgen. Legion forces sind stärker da. Und haben bereits sehr viel von Midgard's Bounty zu ihren eigenen Bestialen. Aber ich habe faith in dich, mein Champion, zu tun, was muss man tun. Okay. Prade, was zählt, completamente超 libertuman zu sein? once within Drakkarn. there rested the soul of a mortal man. a mortal whose哀ge and honor moved Freya herself. When she chose him as her blessed Champion, Dracan's loyalty to Freya knew no bounds. As his conquests in her name grew, so too did Dracan's affections. For it seemed to him that to look upon Freya was to look upon the face of love itself. But mortal hearts are fragile. They are not meant to touch the Divine. When Freya spurned Dracan's love and released him from his bonds, he wandered the lands in anguish. Obsession grew to madness, madness to emptiness. And that is when Hel, Queen of the Underworld, found him and made him her own. Hel offered him her protection and in return he'd become her harbinger and lead her dark army against Midgard. For Dracan, this was not only a chance to relive his former glories, but a chance for revenge. The more Dracan fought in Hel's name, the further away from Midgard he grew, until he became more akin to beast than man. It is said that only the giver may undo a divine blessing of immortality. Yet there are weapons for the undoing of many things in this world. Blessings, curses, even such weapons that can undo her goddesses will. Well, that was the story of our enemy. And cake now. This is the Isle of Galcliffe, Skarin. Home to the settlement of Holderport. Once this vibrant port teemed with life. Now it is under Legion control, and a place of only pain and death. Once you have gathered your army, you must seize back Holderport. There are many warriors to find. This distillery once brewed beverage is fit for the tables of Valhalla. Now Hell's Legion have enslaved many of its workers. Free them, Skarin. For gratitude can often transcend to loyalty. But do not forget the dragons. Here on this isle, I sense the presence of another gem. Mugen. Yet its power is faint. It cannot be whole. Seek the parts of Mugen, my champion. Unite him with his brother Hugin in the Dragon Amulet. Ah ja, wir hatten jetzt Hugin. Die Rune von Hugin. Das ist der eine Rabe von Odin. Und jetzt noch Munin. Der andere. Oh, jetzt kosten die mehr. Hey. Good choice, warrior. I have one like it myself. I serve you well. Okay, I can't get more. Heal Potion costs a lot more. I haven't seen you in a while. Of course, the... ...stärker higher and... ...and back to the game. Let's see what he has to say. Ah, der hat auch Runen. Aber bisher brauchen wir die noch nicht. Dann will ich mir lieber neue Kombos oder sowas holen. Mal sehen, ob hier wieder Gold irgendwo zu finden ist. Hm, sieht mal nicht so aus. Aber wir können ja mal dort hochgehen. Vielleicht ist dort ja doch irgendwo irgendetwas. Oh, da sind auch... Sieht aus wie wenn hier die Bäcker sein würden. Was ist denn das hier? Ach, hier geht's nach oben. Und da ist gleich ein feindliches Lager. Was ist das hier? Nein, die Pfeife wirst du nicht betätigen. Oh, jetzt haben die schon Eisenschilder. Oh, finish ihn. Finish him. Finish him. BAM. Der will einfach nicht sterben. Aber ich hab ihm mal gezeigt wie es geht. So, euch befreie ich jetzt noch. Aber wir gehen würde ich mal sagen wieder zurück. Zu unseren Kollegen. Freund oder Feind? Feind. Tja. Oh, kein Schlüssel. Naja, wenn wir keinen Schlüssel haben können wir auch nichts machen. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Zu unserem Kollegen. Vielleicht haben die ihren Schlüssel. Wir haben ja mit den meisten noch nicht gesprochen. Dann können wir erstmal reden und noch gucken ob es irgendwo Gold gibt. So wie da oben drauf. Und ab rüber. Hey. Und ab rüber. Hey. so. So, ihr Bäcker oder was ihr auch immer seid. Hm. Die interessiert auch gar nicht. Die interessiert auch gar nicht, ob wir hier durchlaufen. Die schießen einfach mal. Ah ja, das war der mit den Runen. Und hier sehe ich jetzt nirgends Gold. Aber wieder den Anführer. Ja. Wie gehabt anhalten, wenn ihr es durchlaufen wollt. So. Auf die Karte. Und. Ja. Gehen wir doch einfach mal hier hin. Oh, hier ist wieder ganz düster. Aber da oben haben wir doch schon alles befreit, oder? Oh, hier oben ist woanders da. Der hat auch wieder nur so ein lausiges Holzschwert. Ey. So. So. Und wir wollen wieder schön viel Rot von dir bekommen. Komm. So. So ist es gut. Und die Freunde werden auch gleich befreit. Damit das wieder alles schön hell hier wird. In diesem Fischerstand. Oh. Hier können wir auch noch mit einem reden. Oh. Oh. Scheiße. Ist das da hinten eine Armee? We do not wish to appear on great. Da ist eine kleine Armee und da hinten oben. Alderle. Ne. Ach du Scheiße. Da gehen wir gleich mal weg. Wenn die uns entdecken ist es so aus. So. Oh, oh. Du musst dieses Ort wiederholen, Scarlane. Aber seh auf die Patrouille. Sie sind so schwer, wie sie schmerzlos sind.